so meine lieben freunde wir haben 2 uhr 50 und ich mache jetzt noch mal einen stream weil ich noch keinen bock habe zu pennen gehen weil ich habe noch frei und das nutze ich nach haus und das ist jetzt spät ja ich weiß und ich mache noch ein bisschen streaming nur für euch und ich bin eigentlich jetzt hier wieder beim st grox lake und da kann man eigentlich so diese sagt man ja lachse fangen und so weiter und so fort ich habe den chat dran mit dem kann man die angefangen normalerweise und das bin ich jetzt am checken hier die zeit noch spät aber doch warum nicht aber ich muss erst mal hier raus komplett weil der zeigt mir eigentlich immer noch diesen alten stream und also ja das war ja und du kurz das handy weg machen und dann ich glaube ich können mir jetzt gleich noch mal ich habe das fand ich kann mir gleich noch mal weinchen so mein lieben freunde ich probiere das mal weil hier kannst du eigentlich auch zander fangen und diese diese lachse ob die jetzt weiter unten sind oder weiter oben i don't know ich habe jetzt gerade vor einem barsch gefangen normaler barsch mit dem chat 10 zentimeter introphäengröße wie groß war weiß ich jetzt gar nicht mehr war also wie er war aber wer 2000 hat mir heute 10 euro gegönnt die gestern 10 euro und 28 euro hatte man reingehauen und die jans bei aus drei euro und markus 10 euro 33 und zell berlin war mal wieder am start läuft und mit dem chat das wird nichts natürlich kann ich jetzt auch den spinner den spinner hinhängen und natürlich kann ja auch mit diesem chat einen zander fangen da draußen welche hochklasse barsch das ist komisch das wird lasse ich jetzt runter und probiert ist ein zander zu kitzeln dann muss man ganz leicht mit dem chat auch mit dem wurm geht das gut da gibt man ja auch diese einzigartigen habe ich noch nicht gefangen ist eigentlich von 18 bis 20 laut und das dauert hat jeweils tiefes bis er runter ist und das ist halt so das problem wo ich habe was hat bisschen langsam hier so wenn man auf zander gehst aber wir wollen ja den lachs fangen das ist jetzt stufe drei müsste normalerweise funktionieren sieht bisschen komischer aus ich weiß und um die zeit ist natürlich nichts los hier weil ich habe heute jetzt schon fast knapp fünf stunden fisching werden gemacht eigentlich könnte ich noch bettel für mal weil der heri kommt sicher wer hat ja noch frei soll ich noch machen noch mal stoppen und dann bettel fehlt und dann ist aber gleich hier mehr ds hätten vormleinster wieder gucken ihr seht leute das ist eine farce da muss man eine andere technik anwenden nymphen 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 gehen eigentlich glaube ich auch für band fisch zander und zwar aber warte mal das geht doch normalerweise hier zander wird nämlich ich möchte mit der nymphen verfahren jetzt will ich ja mal ein bisschen komplett bescheuert aber ja bescheuert ist nicht man kann damit fangen ich lasse aber jetzt gar nicht ganz runter ich mache jetzt hier wissen was passiert wenn ich das mache bahn fisch kannst du mit nymphen fangen was war noch ihr halt den ganzen scheiß eigentlich zander ich bin hier schon wieder mehr ich kann mich dir den scheiß haben wir hier auch diese mücken hatte die glück ich habe sie nicht mehr gesehen die fünf voll in die fresse geflogen habe ich sie eine gewinne das hat ausgesehen was mich hat hier angeht ist dass der see so tief ist warte mal komm dann ziehen wir wenigstens ein paar zander raus bis zeiten ich könnte eigentlich mal diesen 42 gramm hinden geht schneller runter ich muss mal gucken ob ich da die forellen das ist nicht mehr das was es war ja mit den einen forellen blinker hier das könnte ich probieren hier runter lassen derzeit kann zum kaffee trinken es dauert schein kleister das ist ja den kriegst fast nicht das ist natürlich schon schwer gell mit stufe 4 also die schon schwer das ist natürlich gefährlich dass du hier ja hängst ne wo der zander hier ne ich glaube das spiel hat eigentlich im allgemeinen eigentlichen fehler hänge ich wieder da ziehe ich wieder so eine muschel raus also alter geben dass uns okay ich drehe hier gleich durch hier dann hat 25 gramm meine fresse hey ist das eine fickerei hier ne bis der unten ist ich könnte halt dann so gucken dass ich nicht fehlbiss leck mich auch ja also hängen nicht ne komm die gegend macht keinen scheiß hier muss ich einen anderen bereich gehen es gibt andere bereiche ich muss nicht hier angeln auf zander die lachse gibt es auf den anderen bereich auch das probiere ich dann aber eigentlich mit dem jet ne aber der jet der funktioniert auch nicht funktioniert dann mal diese scheiße hier die kommen überhaupt nicht klar damit ne so eine verfickte scheiße hier fange ich halt hechte ne wo bin ich denn jetzt schon wieder alter ist das hier ne fuck scheiße gerade da will ich gar nicht sein so drecks nebel hier ja ich könnte die zeit vorspuren aber hier kann man sich glaube auch fangen ich mach den jet dran und dann zupfen es ist langwierig das fischen geben so spät und bis auf den isl ist hier ja ich habe schon gestreamt fünf stunden ich habe jetzt nochmal neu gemacht ich wollte eigentlich noch battlefield spielen beim in heavy oder so ähm das spiel ärgert mich so äh und äh ich bin es am checken und ich bin drauf gekommen bei everglades ne in florida dass das spiel ein fehler hat weil ich habe keinen einzigen tabu gefangen ich habe wirklich äh jede technik gemacht und alles speziell und ich vermute da ist die physik am arsch also halt ja das übliche dreck ist halt scheiße ne was man ja ist halt bei jedem game irgendwie ne egal ob du babschi spielst oder sonstig im game äh und das will ich gar nicht hier ich will entweder ein zander ne hier oder ich kann das schon vorspulen ich bin ja jetzt am testen ne weil der chat ist eigentlich nochmal für förelle ne hier solche chats ne und ähm das bin ich eben am testen weil da hinten kannst du die nochmal fangen ne aber die lachse sind ja hier auch nicht vertreten und draußen eigentlich war auch nichts ne na wie geht's ja so spät noch dran digi was hast du denn du für ein avatar da dran grüßes mädchen sieht gut aus guck mal Leute warte ich mal äh guck mal wo soll ich hier hängen am zipfel wo ein seil unsichtbare kann ja nicht bin ich mal am boden gewesen und habe eine muschel das ist nicht logisch ich war nicht mal auf dem boden und habe eine muschel warte warte das ist nicht es ist nicht was ja klar ich muss ja nochmal neu starten hier beim ding ich war nicht mal auf dem boden ne Muschel das Spiel hat Fehler ich war nicht mal auf dem Boden das kann nicht sein, dass ich ne Muschel hab fick doch die Wandert ich war ja, das Spiel hat ne Fehler, die brauchen unbedingt ne Update ich hab ne Muschel gefangen mitten auf dem See also mitten, ich war nicht mal unten und fang ne Muschel da war nicht mal ne Ebene oben das kann nicht sein Alter da wirst du doch besoffen ich werd zum besoffenen Esel heute darf ich nicht mehr Battlefield spielen dann dre ich nämlich komplett am Tuch dann laufe ich am okay das wäre nicht so gut danke, dass du reinschaust noch um die Zeit ne Alter, ich war nicht mal auf dem Boden und fang hier ne Muschel die waren mich doch verarschen, ne jetzt bin ich auf dem Boden, ne Zander, äh, zu fangen hier da kann sie hier fangen, ne man muss halt alles ausprobieren aber es funktioniert eigentlich gar nix mehr an dem Spiel da die ich, ne Hechtmuskelungen kann ich jetzt fangen das probier ich jetzt mit diesem Blinker, wenn ich schon habe da ah, das ist schon traurig, muss ich sagen das ist ja nicht normal verwickelte Angelschnüre ähm im Ernst? ne im Dieter ich gehe mal den ich wollte hier gar kein Steam mehr starten aber ich mache das jetzt nicht ich gehe da zu den Hechten scheinen eigentlich bei Everglades, dass das nicht so läuft, wie ich das gerne hätte äh gehabt hätte kein Tabu, Leute unglaublich einfach die Forellenbauste, den Narrow Spoon und so, äh, das funktioniert eigentlich auch nicht mehr ähm ähm pfff pfff pff 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 was shirt eine Scheiße, warum bin ich nur so gestraut, jetzt kommt schon wieder diese Fliege, diese Mücke, die Viecher gehen mir so auf den Sack, ich baue mir einen Singlespoon hier, der ist ja eigentlich auch vier Hechte und so, na moin Digi, der Roblox-Fan ist hier, na, wie läuft's bei dir? Es gab einen Megascheiße hier, das ist echt fucking belastend, ich mache jetzt mal diesen hier, weil den habe ich ja da, sag ich, vier Hechte, na, und lass mich jetzt mal ausprobieren, ja, weil hier gibt's Muskellungen und so, ich weiß schon, wie ich sie fange, aber ich teste ein bisschen, ne? Seid es auch scheiße hier, ne, scheiße, ne, soll morgen, ne, guten Morgen, ne, wir sorgen, seid ja auch schon alle da, 3 oder 6 Leute, dieses Spiel bringt mich ins Grab. Ich bin gespannt, ob ich mit dem was fange, weil das ist eigentlich ein Hechtblinker, Singlespooner. Hecht jetzt? Echt jetzt? Einen geilen Singlespoon, beißt er nicht? Läuft bei euch Hechte. Muskell, also Muskell, ich habe auch Spinnerbitten, ne? Ah, von Zeitung fahren, ah, jetzt hast du frei, kannst ein bisschen entspannen, kannst bei mir ein bisschen gucken, das ist gut, Digi. Guck, die Hechte beißen auch nicht, mache ich da mal auf einen Abend, aber ich probiere jetzt ein bisschen was aus, das kann eben gar nicht sein, aber okay, das Spiel hat echt ein bisschen was aus, das ist ein Singlespoon, Digis. Willi? Das Spiel hat einen Fehler, das ist ein Singlespoon, hallo? Alter, ey. Und Spinnerbitten ist auch für Hechte und Muskeln und so, ne? Alter, das kann nicht sein. Ja, das Spiel hat einen Zeitdichter, ja, da muss man halt aufhören. Und ich habe einen Zeitdichter, ja, da muss man halt aufhören. Das könnte nicht sein. Wer spielt denn viele? Das ist ein Spinnerbeet, Leute. Oh, Filbis. Okay. Was? Spiel hat ein Fehler. Ich habe jetzt mal nur 14.06. Exter gemacht, zum Gucken. Das ist ja knapp. Das ist ein Fehler, Leute. Da weißt du, ich meine, ein Hecht oder Muskeljunge, das kann nicht sein, da knallst du mal immer. Ja, das ist ein Fehler. Ja, das Spiel hat einen Schaden, Leute. Nie im Leben, wenn du zu... Nie im Leben. Nein, ich muss aufhören. Das hat einen Fehler. Ein Castingspoon. Das Spiel hat einen Fehler. Das kann nicht sein. Da machst du zwei Würfe und hast nochmal einen. Ja, die müssen ein Update bringen hier. Irgendwas stimmt da gar nicht bei dem Gehen gerade. Ich meine, ich habe jetzt 14.12. Ja, die Bisszeiten sind scheiße, aber es ist ja früh auch nicht gegangen. Habt ihr gesehen? Wenn ich jetzt auf Abend gehe, das kann nicht sein. Das Spiel hat nur Fehler. Das Spiel hat viele. Jetzt bin ich eben gerade am Testen. Roblox sein und... Ja. Definitiv. Ja. Das kann nicht sein. Ich hätte schon längst was beißen müssen. Das ist um 17 Uhr. Ich habe es jetzt in der Früh probiert. Das ist ein Castingspoon, ne? Ja. Ende. Ich gehe ins Bett nach. Ich probiere noch einmal ein Creedbet. Ja, ja. Das Spiel hat kompletten Schaden. in der Birne. 100%. Das Spiel hat einen kompletten Hau. Aber komplett, Leute. Vier Stunden, nicht der einzigen Tabun gefangen. Wenn ich länger. Das kann nicht sein, Leute. Oder ein Castingspoon. Die müssen unbedingt ein Update machen. Jetzt ein Crane-Bed. Hier beißen immer Hechte. Hier beißen immer irgendwie in Muskellunge. Das sind Fehler. Ich hatte... Das kann nicht sein. Nie im Leben. Ich hatte... Vier Stunden irgendwas habe ich probiert in der Brun zu fangen. In Fishing-Welver Everglades. Ich habe schon repariert. Durchlaufen lassen. Noch Fehler. Das kann nie sein. Bis. Das Spiel hat doch Fehler, da? Alter. Aber wie der rein ist, der Hecht jetzt. Das ist ein Muskellunge, oder? Das ist ein Muskellunge? Hecht. Wow. Wow, what? Alter. Meta-Hecht? Ich würde mal sagen, läuft bei mir, ne? Äh. Wie ist die Meter... Meter-Grenze geknackt? Äh. ich habe euch probiert in der bund zu fangen mit echt mit jedem speziellen ligner komplett keine chance ob es war was für ein bs halt ich wollte gerade umschalten auf stufe 2 oder so wird da was wir kommen alter da muskelunge wieder nicht aber sieh nicht noch mal meter das kann nicht sein das kann ja nicht sein alter ich wollte gerade auf stufe 2 umstellen hier und bin eigentlich versehentlich auf vier gekommen ein bisschen hochgedreht stufe 2 ich verstehe das gerade nicht vorher gar nichts da bin ich auf 17 uhr am abend dabei sind die fische und wieder nicht warte mal die süßen meine blauen an läuft bei mir gerade ne müsste ich gar nicht machen sieht aber geil aus mit dem zwitschen hier so die rote bumm warte die biste kommen wie blöde naja wie so eine depperte ne guck mal mit dem fischen das ist nichts mit dieser rolle was wow der finger ist im fluss alter was was läuft bei mir wo die saturn ausgabend was wie echt du hast gesehen so ich Es kam gut, oder? Echt? Und? Waff das wohl, oder wie? Also wischte, oder? Muskelunge gibt es hier auch, aber... Echt? Okay. Oh, ich bin hier. Bis es ruckelt im Umgehen. Oh, Fehlbiss, leck mich doch am Arsch. Oh, am Rand bist du noch hier, alter Willy. What the heck? Oh, der ist gut. Oh, der ist echt gut. Oder was wissen? Nice. Okay, der blaue geht auch. Bis. Oh, das ist Muskel. Oh, Diggi, Diggi. Er geht ab. Oh, Muskellunge. Oh mein Gott. Aber wie nice. Wow. Oh. Oh, der ist gut. Oh, Roblox. Der ist gut. Oh, Roblox. Oh, noch ein paar Kilo. Dass ich wenigstens das hinab, diese Reise hier. Oh, ja. Der ist gut, Leute. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Oh, der ist richtig schön. Der will es wissen. Jawohl. Der knackst da richtig schön. Bremse. Bremse. Alter, der ist gut. Das ist entweder Trophiehecht oder... Gib mir Muskellunge. Komm. Hecht. Oh, wieder Rekord. Tch. Alter. Es ist gerade das Spiel. Alter. Digga-Hecht. Nee, komm. Da brauche ich ein Foto. Hab ich noch gar keinen. Hab ich einen Digga-Hecht schon? Achso. Es ist unmöglich, in dieser Tiefe zu sitzen. Ja, sorry. Meine Fresse. Jammer nicht rum. Echt? Das hat ja auch noch nie. Oh, siehste. Digga-Hecht schön. Schön. Läuft. Boah, wie der gebissen hat, Leute. Nice, ne? Digga-Hecht gibt's auch hier. Kannst du bei Steam gratis holen, aber du musst halt da angehen. Ja, das ist halt der Arbeit. Der Quimped ist gut mit einem Meter. Der Blaue finde ich gerade. Dann würde ich nochmal einen Single-Spoon probieren. Dann würde ich mal einen Single-Spoon probieren. hier. Der Muscheln hier im Boden? Ja. Ich probiere jetzt mal einen Singerspoon hier in die Richtung zu werfen. Ich will mal wissen, weil das ist eigentlich auch so ein Hechtbling. Man kann auch so mit der Route hier, Stufe 1. Man kann auch ein bisschen switchen hier. Mit dem Mobiler wird dann nicht viel passieren. Man kann auch eine Stoppphase machen. Jetzt können wir dreimal drehen. Und dann ist irgendwie mal tot. Wollen wir mal gucken. Ein Inventar. Das ist halt groß, aber müsste gehen. Vielleicht so ein Trophi. Einzigartig. Das ist ja auch noch gerne. Wenn einer beißt, dann weißt du, dass es einen großen ist, weil das ist ein Singerspoon hier. Der funktioniert eigentlich gar nicht, ne? Irgendwie, ne? Ganz komisch. Ja, ich habe halt diese Route hier, diese starke für 13,43 Euro, glaube ich. Das ist das ganze Paket dabei, irgendwie hier so mit diesen Routen und Rollen und Schnüre richtig stark hier halt. Ne. Der geht gar nicht, ne? Interessant. Ne. Der ist schon mal out, ne? Ich habe natürlich hier noch Spinnerbait. Könnt ihr mal diesen... Das so goldige ist eigentlich noch mal gut. Ganz gut, ne? Wo sind sie jetzt, die Hechtchen, ne? Hat so schön angefangen und hört so beschissen auf. Hast du das Game schon mal gehabt? So, Dustin hat das noch? Vorblocks, Sven? Hier kannst du auch Stufe 1 hier so ein bisschen höher halten und dann eigentlich so, ja, Castlingspoon mäßig hier. Stufe 1 bisschen dritschen oder halt, ja? Stufe 2 bisschen dritschen oder halt, ja? So ist das halt, ne? Das ist komisch. Ne, hast du es nicht gehabt? Okay, ich dachte du hast es schon gehabt. So ist das halt, ne? Komisch, ne? Wer kann es nicht spielen, will er nicht? Ja, das ist halt so, ne? Die haben dich so eingestellt, du kommst da drin? Ich hab die besten Blinker und allem. Aber, wow, was denn wofür? Der Crane Bed hat funktioniert, da habe ich einen blauen und einen roten. Und dieser Mediumsboom funktioniert eigentlich gerade so nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie das gemacht haben mit den Dingen, ne? Da haben sie irgendwas komisch eingestellt hier. Guck. No. Absolut no. Unbelievable. Unglaublich. Es glaubt mir kein Mensch, wenn ich das einem sage. Boah, ich muss ins Bett gehen. Bescheidigende Stoppphase machen mit dem, dann machst du einfach hier durch und dann... das ist halt so. Der bleibt ja unten, weißt du? Drückt so runter. Ein Plopper wäre der ja gut, ne? Das ist halt so, ne? Gibt's keinen Plopper? Gib mir einen Plopper. Ein Spinner. Jetzt bin ich ein bisschen armselig, ne? Schau, den Plopper hätte ich schon gerne gekauft jetzt. Das ist mir ein Rätsel, das Spiel ist mir echt ein Rätsel geworden. Das ist, ähm... Ich verstehe das irgendwie nicht mehr. Ne? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber... Huch! Ich bräuchte eigentlich diesen Crane-Bead, äh... Neun Meter, ne? Habe ich diesen... Habe ich den... Ah, ich habe ihn nicht dabei. Ich bin so eine Pfeife, ey. Ah, ich hätte ihn sollen mitnehmen. Aber ich habe ihn nicht, ne? Scheiße. Ne? Das ist belastend, Leute. Ich habe ihn nicht mit, ne? Leider. Ich habe ihn nicht mit, ich hätte eigentlich so Lachs hier probieren. Ach, leck mich doch! Ah, ich bin so Lachs hier. Ich habe ihn nicht mit, ich bin so Lachs hier. Ich bin so Lachs hier. Ich bin so Lachs hier. hätte klar schon richtig gut ran man nicht so lange ich mal nur eine stunde jetzt dann lasse ich es gut sein wow willy willy nigger drüben steht auch die ganze zeit ein und angeht aber nicht ganz komisch spiel ist mit dem rätsel eigentlich neun meter wäre besser gewesen aber ups was mache ich denn ach die scheiße neun meter wäre geil jetzt den habe ich wieder nicht mitgenommen habe ich zu hause und habe ihn mitgenommen ganz schlecht hätte ich gern probiert hier aber das tutorial da stimmt ja sowieso nicht mehr also es ist eigentlich egal ne ich muss mal kurz hier ist eigentlich auch viel lachs aber da funktioniert gar nichts gerade stufe 2 bis wahnsinn dann ist es so ein ruhe ich wieder am flussbarsch mit dem what da Mit Stufe 2 war ich bei mir. Also Stufe 2 geht eigentlich, ist auch nicht der beste Köder irgendwie. Tender, Bullrich-Pinner sind jetzt Spohn, gut geht bei Chat, Nymphos, Medium Spohn. Bullrich-Pinner. Tief oder weniger tief? Probier's mal mit 1, Stufe 1. Bisschen runter. Lass mal ein bisschen runter, ne? Hier geht's weiter runter. Bisschen runter, ne? Bisschen runter. Bisschen runter. Bisschen runter. Bisschen runter. Bisschen runter. Bisschen runter. Und ich bin jetzt für Lachs. Weil früher hatte ich die eigentlich immer oben gefangen. Bisschen runter. 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 Keine Lachse. Kein Bulletspinner funktioniert. Das ist ein fucking Spinner Leute und der muss gehen. Das kann nicht mehr wahr sein, nein. Nein, noch eins, probieren. Eigentlich muss man gar nicht so weit runter. Flachs ist hier, moin Dicki. Alter, ich bin hier nur auf Föppeln. Kannst du Föppeln? Was bin ich zum Föppeln? Ich probiere den Lachs zu fangen. Aber ich höre jetzt gleich auf. Ich habe schon fünf Stunden gestimmt heute. Ich habe nochmal neu angefangen. Dann fange ich ein paar Zander kommen mit dem Grummifisch noch an. Barsch? Schon wieder? Nee, ich kenne das Wort nicht. Wie, was? Wie, welches Wort? Hä? Wie du so müde, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich gesagt habe? Oder du geflaxst, ne? Alter. Weiß kein Barsch, hast einen geilen Arsch. Ich komme gleich. Willst du was holen? Oh, ich habe Durst, Leute. Ich habe Durst. Komm gleich. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Komm gleich. Ich habe Durst. Okay, wir gehen da dringend. Komm gleich mit dir hin. Ich bin ungefähr ungefähr. Ich habe sie mit meinem Herzen gebraucht. Du hast damit das alles. Ich habe das alles. Wir haben letztlich. Wir haben noch sie zuerst. Wenn du dir die Herzen gebraucht hat. Das ist heute kommt, wenn du deinem Herzen. Wie, wird das alles. Ich habe das alles. Und du hast es sich da, wenn du hast mit dem Herzen den Chancen, Gucken und pfüppeln, ah pfüppeln, habe ich gesagt, habe ich das gesagt? habe ich pfüppeln gesagt? ja pfüppeln heißt halt so rumeiern, rumwurschteln, pfüppeln, sagen wir das bei euch nicht? dann sagen wir mal pfüppeln, so wie geht der scheiß auf hier? hä? fishing planet fehler, ah hier oben, fishing planet ist fehler, getränke ist ein fehler, zum wohl, leute ist das geil, habe ich mir verdient fünf stunden stream machen, ne? geht mir mühe, naja, mein lieben, pfüppeln, 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 so zanderdiggi, schön mit gefühl, ich dachte immer, was macht, oh, bis, ich dachte immer, oh, das ist zander, ich dachte immer, was macht, so geräusche, ne? das sind die libellen, hm, danke schön, hm, ja, solange es ist, ja, das ist vorbei, wo ist das? hm, oh, bafforelle, läuft bei mir, das gefällt mir gut, dankeschön, pflax, ja, es hat so, boah, er ist aber ein Dursttast wie Sau, also guck mal, bis der runter ist, sinkt, vorallegi, bis sie jetzt unten, ne? total bescheuert, dass die unten sind, so Zeitluppenfishing, weißt du, muss der Wurm reinhängen, boah, das ist ein Biss, und? schwarzbausch, fick dich selber, so, der war gut, schwarzbausch, fick dich selber, alter, schwarzbausch, fick dich selber, herrlich, pflax, herrlich, herrlich, pflax, aber das ist voll chillig hier, ne? 26.000 Kilo habe ich schon, äh, 26 Kilo, 26.000, also da bin ich besoffen, ich weiß nicht mehr nach dem Tutorial, ob der, eigentlich kann man um die Zeit irgendwie einzigartigen zusammenfangen, der Witz ist, ich hatte noch keinen einzigen Zahn da dran, und geht raus, wie der Forellenbarsch, irgendwas stimmt mit dem Spiel gar nicht mehr, alter der Biss, guck mal, und was kommt raus? Alter, das Spiel hat so einen Schaden, das Spiel hat so einen Schaden, ich fange hier nicht mal mehr, ein Zahn da, ey, es kann nicht wahr sein, hier, ne? ne, du Forellenbarsch, das Spiel stimmt was nicht mehr, hm? Da war ja hier im Zeitlop, da unten eine Forellenbarsch, dann beißen hier so die Schwarzbarsche, das ist doch Verarschung, oder? Ja, nochmal ein Tutorial, ich guck mal, das, dieses Lahmarschpartie auf Zahn da, ja, eigentlich eine einzigartige, wollte ich probieren. Ja, wieder Biss und wieder ein Schwarzbarsch, komm, lieber ein Zahn da, ist ein Zahn da jetzt mal? Ist ein Zahn da? Haha, schon wieder so eine Muschi, fick dich doch, fick dich doch, alter, ey. Das kann, das Spiel, ne, da fängst du mal Zahn da hier. Unglaubliche. 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 Oh, ich geb mir so Mühe, mit den Tabunen hat es nicht funktioniert. Oh, Tutorial nochmal angucken, ne? Stufe 2, ne? Eigentlich normalerweise, wenn ich Stufe 3 oder Stufe 2, bin mir nicht sicher. Eigentlich mach's beim Zahn da so, ne? Das Problem ist halt, an der Ecke musst du dann hochziehen, weil sonst bleibt so hängen. Auf der Everglades krieg ich keinen Tabun her, und hier krieg ich kein Zahn da her, ne? Ich schmeiß jetzt nochmal raus, und dann gucke ich da rein. Jetzt mach ich nochmal ein Tutorial, weil ich bin gerade mit meinem Latein Megas am Ende, ne? Weil das kann nicht mehr sein, ne? Äh, die Tutorials, die stimmen ja sowieso gar nicht mehr, eigentlich. Ne? Wenn ich da eingebe, ist Sand, äh, Crocs, Sand, Crocs, Lake, Lachs, ne? Lachs, ähm, funktioniert sowieso nicht. Zander, ne? Und dann gibt's ja so Tutorials, ne? Und, Zander fangen leicht gemacht. Du kannst mich auch am Arsch lecken. So, jetzt runter. Auf dem 42 Chick Kopf, und macht Stufe 3, ne? Ja. 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 Du weißt schon was ist, 42 Gramm Chick Kopf, probieren. Sehen wir dann schwarz, was schon? Naja, da hat er 42 Gramm, hat er genommen. Habe ich gesehen. Das ist ein Zander jetzt. Oh, das Club gar nicht schlecht. Ein Wunder, hey. Wer hat er lang liegen lassen, Zander. Warte mal. Wer hat, äh, wir hatten 42, äh, schicke Kopf genommen. Zehn Zentimeter. Nehmen wir das mal. Also sie sind da. Den hat er natürlich genommen, dass es schneller sinkt an Stufe 3 und dann zupft dann eigentlich auch so, ne? Zwei-, dreimal Umdrehungen. Ja. Das Problem, man muss halt aufpassen, dass man nicht hängt, ne? Ja. Meistens bei den 20 Metern, ja, siehst du. Ja, wieder ein Fehlbiss, oder? Probiert habe ich es. Guck mal, kann man dann Forellen? Die Forellen, also die Lachse, die sind ja geil, aber die sind auch so, ne? Ich kann den Kopfhörner immer oben auf dem Ohr haben. Das platzt mir die Birne. Das Fischen ist schon interessant, das macht schon Spaß. Es ist halt ein bisschen perplex, man muss halt ein bisschen reinkommen, ne? Piss! Piss! Ei, du Fatsse, du! Sorry, das ist echt rausgehustet. Da geht's halt runter, ne? Ja, die Tutorials, die stimmen nicht mehr ganz, ne? Guck mal, schwarz, ne? Das ist das Problem. Die Tutorials, die stimmen nicht mehr. Da sind auch jetzt diese Bohlen, diese roten Tutorials, äh, sind die noch gar nicht da, ne? Geht natürlich schon echt runter, ne? Ich weiß nicht, 10, 20 Meter? Schwierig zu sagen, ne? Probier mal so. Wow. Schwierig, ne? Aber ich probier's wenigstens. Lass mal runter, das macht's ja auch so. Total bescheuert bei so einem Boden, aber, ähm, ja, da kannst du halt die Zande fangen. Oder hängen. Da wird's jetzt immer irgendwie, ab unter den 30 Metern beißen die Zander, äh, komplett bescheuert eigentlich. Sie sieht, die Tutorials, äh, die stimmen nicht mehr, ne? Oh, meine Lieben, 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 meine Liebenden, wir haben 4 Uhr 1, und, äh, das ist spät. Ich habe viel zu lange gestreamt schon, wegen diesem Spiel. Ich sehe, das ist spät. Ich sehe, das ist spät. Ich sehe, das ist spät. Ne das ist auch nicht das gelbe vom Ei, ja das ist auch nicht das was es war, der Chat geht auch nicht, das geht auch nicht, äh fuck off ne. Mal gucken was er dir hier anzeigt. Medium spoon. Boom. 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 Ja. 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 Probieren wir mal. Ich hab was gesehen. Ich hab was gesehen. Ich erjunten lassen mit der Stufe. Jetzt ist das gefährlich, wenn du hängen bleibst. Das ist total bescheuert so. Funktioniert auch nicht. Ich mein's auf meine Technik. Meine Technik, meine liebe Freude. Jetzt. Ne. 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 nie weg was ist ich war nie weg du hast nie weg bis battlefield gespielt mit einer person gewählt echt so lange ich bin jetzt auch gleich weg ich hab da jetzt noch mal probiert hier bisschen lachs wurde ich eigentlich probieren checken ich habe jetzt drei stunden telefoniert ungefähr was mit der frau mit dem mädchen drei stunden du musst zehn minuten telefonieren und der rest musst du poppen digi das ist nicht so alter drei stunden von dir kostet das ist nur nur freundschaftliche freundschaftliche basis alter wenn man drei stunden telefoniert dann hat auch sechs damit alter drei stunden labern in der zeithalter sechs stunden am stück gelabt ach du heilige mutter ach du scheiße sind muss sagen für drei stunden darf ich schon mal deine tippen ran oder so alter ehrlich jetzt ich bin nicht sorry schatzi wenn du das mal sehen würde ich bin ja auch bin anständig bin ich bin zuverlässig bin bin treu ne aber vom muss schon sein damit und da schon aber aber nicht wenn das freundschaftlich ist ich wohne freundschaft und jetzt das ist auch gar nicht drei stunden telefonieren derzeit habe ich gestreamt leute what the fuck ja und dem ist halt so ja ich hätte auch genauso gut dass drei stunden rober six zocken können wenn einer da wäre aber es war keiner da weißt du so wenn ich jetzt battle 4 gespielt habe wo ist der heavy hier ja du du bist heute schon länger zehn stunden am fischen bestimmt oder nein nein vier fünf stunden habe ich gemacht jetzt noch mal eine stunde aber eine andere map ja ich will ein bisschen das problem tutorials die sind veraltet die stimme nicht mehr und dann musst du die extrem schwer hier ich habe schon gefangen jetzt aber ich glaube ich bei everglades habe ich vier stunden habe kein einzigen davon gefangen habe aber alles probiert und ich vermute eigentlich das ist ein fehler da ist ich habe das spiel schon reparieren also reparieren lassen da ist irgendwas voll heavy das kann nicht sein da ist irgendwas mit der physik irgendwas ist am arsch ich muss den schreiben dann muss man gucken wo kann man denn da schreiben den pfeifen ich glaube dass es nicht da ich schaue das ist einfach nur sehr sehr selten falsch die zu fangen nein 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 das glaube ich nicht die physik da ist irgendwas am arsch die muss noch mal update 100 prozent weil du gehst nicht everglades zahlst du viel und willst der bund fangen fängt es können weil die einfach nicht da sind und gewisse zeit ich habe alles probiert ich habe morgen wo ich habe besten zeiten probiert eigentlich nach nach der beschreibung auch nicht und damals ich weiß nicht das stimmt einiges nicht das kann ich sagen keine tabons hier mehr wo ich könnte nicht vom pc hocken und fischen das ist das ist echt eine herausforderung die gebe spürt ich hätte hier und die hechte altigen abgott ich zeig dir mal ich gehe mal im hechtgebiet das ist ganz komisch bei den hechten eigentlich die war vorhin auch das ist da oben das ist ganz ganz komisch da drüben einmal ist so einmal ist so das ist wie verhext weil dann gehst du hier ran und siehst du ja für was der ist ne recht und so ne das ist halt jetzt der 42 gramm ich werde jetzt aber den 24 gramm aber ich habe vorher echt extrem wie die rein sind das knippelt richtig und hier gibt es ja diese muskellungen gibt sie wieder heißt die hechte da gibt es diesen ich glaube alles die gerecht oder normale ich habe ich ja vorhin trophy gefangen aber die zeiten es ist ganz komisch und dann habe ich den great bett hingehaut den wobler und warm und dann auf einmal jetzt habe ich viel bis gehabt kurzer kurzer anfassen das haben sie auch gut gemacht finde ich gut dass das eigentlich manchmal passiert dass so ein anfangs so gucken wenn dann eine rein knallt und wie ist jetzt mit medias bonon und das bin der beta ich weiß nicht den tust du ja so schnell wieder runter lassen da bei diesen tabu ne jetzt bis diese muss gucken wie der ein ist aber weißt du zuerst so ein fehlbiss ich meine das haben sie gut gemacht und das ist jetzt eigentlich normale ich glaube ja sie ist auch der funktionierende 86 cent nicht groß vorhin hatte ich metrigen nicht neuen rekord gemacht meter über meter das ist echt gut aber ich lasse die eigentlich in echt lasse ich die freie meter hechte so hatte ich dich hey post eine motorsäge zum ne die schmeckt auch nicht viel zu fettig und sowas und wälzer auch oder viel zu das musst du viel wegschneiden und 60er so ein freiwasser hecht 60er 70er jahr ich mag den hecht eigentlich das zu trocken und dazu gabeln so gabelgräte da bin ich nicht so fan davon aber muss man gucken wenn die wirklich rein knallen und ich sagte eins heavy dieser tabu und wäre so geil zu fischen der knallt so rein die rute wächst runter der macht so komplett nicht komplett bescheuert ich hatte in echt hatte ich ein weh ist mir ist fast die rute aus der hand gekommen wo der hecht wenn er wenn er wenn er von vorne bei ist nicht von hinten sondern köder so von der seite nimmt und dann nach nach hinten schießt alter im boot ja ich so halte ich dachte so ist das ding fast aus der hand geflogen und dann ist abgänge ich bin mal kurz seine prozent ja das war immer stufe drei da müsste eigentlich auf hecht auch funktionieren wohl eigentlich möchte er weiter oben ist und dass man das hat nicht machen aber ich mache mal auf den nächsten tag und gucke ob ich da noch mal ein paar fette fangen ich hätte eigentlich gern schon den cash jetzt noch mal voll gemacht aber da mit diesen paar fischen hier mit hecht schon der plopper wäre hier interessant wenn man den so über dem boden so rüber zäpfelt es ist schwierig ich meine ich habe hier mehrere spinner peter ist eigentlich nicht so das wahre ich könnte von den castingsbully gelb google ich wollen sie ja mal ein bisschen knackige farben haben und sein auch hat ein bötchen der steht da drinnen bötchen naja klar das bin der bett wäre hier eigentlich richtig interessant wenn er so bär also untergeht aber das ist so geil wenn er bis kommt das haben das ist schon richtig gut gemacht muss ich sagen du bist kommt wie echter genau so kurze stopp phase und dann bär das ist gut das können ich mir so das gute der ist gut glaube ich das ist ein nicht aber nicht so groß 80 war sowas 84 er kennt nicht mehr so die rekordding wo ich wollte wie heißt der her wie sie irgendwas was also das runterfallen ist schon ich bin gespannt wenn ich mal level 38 bin ich muss echt ein bisschen mehr mit mit andere fische fangen damit ich den level erhöhen kann das muss ich schon echt machen ich bin gerade überlegen ob ich die andere seite immer geht den level mal ein bisschen erhöhen und dazu muss ich halt ein bisschen mission machen und verschiedene fische fangen und jetzt wird es dunkel jetzt ist ende immer den nächsten danken machen den druck können wir noch nicht weiß eigentlich den druck ja könnt ihr mal probieren geiler bis gehabt also gefangen der eine heißt hier hinten im boot heavy irgendwas guck mal muss man gucken ich dachte du bist da nicht der heißt heavy hyper heißt er ich glaube ich bin der letzte der dieses spiel spielen aber wie geil weißt du ich guck so denke wir haben verarscht mich jetzt wie heavy tiger habe ich das irgendwie hyper das ist dunkel guck mal ich zeig dir jetzt was ich habe ich muss mal ich möchte mal wissen ob ein hecht eigentlich im dunklen guck mal ich habe hier ein ist dunkler so ein dann so ein wo ist der eine hier so nervös wo geht er nicht ausbauen eigentlich auch für ein hecht muskellunge ja 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 das ist auch so in der nacht weißt du aber ich probiere mal der ist eigentlich muskellunge und hecht und so ne gut er heißt wirklich heavy hyper mit dem boot da drüben mit der taschenlampe geil ich dachte so bad der war gut heavy so jetzt aber morgen müssen wir echt also heute möchte mal hier bettelt spielen aber eher so ein abend ne so neun uhr vielleicht so ne ja ich muss mal gucken weil ich die morgen angeln ich möchte mal probieren auf also in echt auf barsch ich muss barsch fangen und schatzi wiederkommt wie barsch filet machen die tage auf jeden fall da muss aber auch wieder zu angeln und noch mal spielen wirklich ja ja trotzdem weg muss immer wieder ballern hier ich probiere gerade jetzt in der nacht hier mal zu aber ich gehe mal auf den nächsten tag man guckt man die bissel und dass das geile ich möchte ja zu den lachsen gehen weil ich noch mal den tag vor das geile ist alter die knallen so rein und das ist sowas von fucking brutal und jetzt fährt da weg haltet der himmelboot nie mit alter volle jetzt ist ein bisschen windig hier morgen jetzt probiere ich mal mit dem nervös das geile ist halt trophy größe gibt es ne außergewöhnliche also einzigartige da habe ich in den snook schon einzigartig gefangen zander leider noch nicht kann mich zwar nicht erinnern müsste ich jetzt gucken weil ich kann er will gucken welche fische mal da nimm mal zwei vorhin auch habe ich gang und so bumm bis aber das ist was kleines habe ich gang und dann stelle ich gerade so stufe zwei oder so wollte ich ja in dem moment konnte bis bumm vor lauter dass ich angeschlagen habe mit rechts habe ich stufe vier eingestellt da ist ein barsch schau guck barsch gibt es auch die fange ich so riecht der gute verlieben lecker lecker barsch interessant ich probiere echt mit dem sonst habe ich noch mal diesen einen green bed geht auch aber den drehst du halt nur rein ne fährt mit dem bötchen rum kannst du auch kaufen ne ausgestiegen ist das jetzt morgen jetzt habe ich sechs sechs hier bis nicht angeschlagen ich bin vielleicht ne pfeife ich hab nicht angeschlagen ich hab's verschlafen Ja, aber der Nerosbohnen ist nicht so, ich dachte der geht jetzt hier ein bisschen besser am Morgen früh, weil da eigentlich ein Nachtblinker ist oder Nachtesbohnen. Ich möchte jetzt probieren hier ein Hecht zu fangen, weil die beißen schon auch hier, aber man muss ein bisschen variieren und probieren, probieren, probieren. Oder Stufe 1 drehen und so switchen, das geht auch. Das ist auch geil, wenn der Biss kommt und dann stoppt er halt so, aber irgendwie der Nerosbohn sagt, du kommst nicht rein. Natürlich geht es auch mit dem Gummi, warte mal, ich probiere mal was, hey genau, habe ich noch hier noch gar nicht, wo wird. Warte mal, stopp, geht der. Da kannst du gucken, die Fischtarten hier und so, ne, da ist er, Hecht, Shad, ok Shad geht, würde auch gehen, dann kannst du, wie verfassbar ist der, Spinner Shad, der auch auf Shad. Und diese Muskellunge geht auch auf Shad. Und diese, da gibt es verschiedene, was, äh, klare Muskellungen, oh der geht ab wie Schwein, der, alter, der wird groß, 1,8, der geht auch auf Shad und, ok, warte mal, stopp, dann haue ich den Shad dran. Und zwar, mach mal hier 21 Gramm und ein Shad dran, wenn man kriegt. Das ist halt Angeln, du kannst echt alles machen, ne, du kannst eigentlich jeden, äh, Ding hängen. So, dann kann ich da so weit werfen bis zum Kraut hinter und dann ziehe ich so die Seite entlang. Da, 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 und dann muss ich ja gucken, wie, ne, mach ich halt Stufe 3, wenn ich merke, kann ein bisschen hoch schlagen. Das ist Twitchen, wenn ich die Stange noch hoch drehe, ne, sonst kann ich nur drehen, so. Und normalerweise, also in echt würde ich eigentlich eher den helleren Shad hinhängen, wo der grün eigentlich auch geht, aber. Ok, dann, glaube ich, mal jetzt schlafen, ne. Geht pennen? Ja. Ja, wir hören uns, ne, dann gucken wir morgen, dann, äh, hab schon halb fünf jetzt gleich hier. Alter, ja, ich muss ins Bett, hey, digi, geht auch nicht, hey. Ich auch, deswegen, ich jetzt auch pennen, ja. Ja, ja, hau dich rein, morgen fit sein, ich gucke noch ein bisschen Fernsehen und dann haue ich mich jetzt auch gleich rein, ne. Das probiere ich noch ein paar Hechten, ja. Ja, wir hören uns, ne. Die, oh, bis, guck, oh, alter, muss gucken, alter, guck mal, guckst du noch? Ja. Ja. Guck, Achtung jetzt, boom, alter, what the fuck, hey, gesprungen wie eine Forelle. Ey, aber voll, hey, mir geht keiner ab, du, hey, alter, muss mir nachher gleich noch ein Porno angucken, hey. Der war gut. Alter, hast, ey, voll geflasht, hey, guck, hey, und hey, du, ne. Und dann kann ich Foto machen, guck, muss ja so B drücken, warte, 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 muss gucken, ja. Du und deine Fische, du wirst in der See. Ah, ehrlich, ne, du musst mal mit mir mitgehen, in echt, und dann, ja, wirklich, im See, einmal Fisch dran, du bist süchtig, ey, kannst mir glauben, ne, und dann isst du mal ein Barschfilet, isst du Fisch, isst du Fisch? Ja, sehr selten. Oh, so lecker, du, Barschfilet gepaniert, ey, es ist so geil. Ja, keine Ahnung, wie das schmeckt, du. Ich mach die mit Salz, Pfeffer und Mehl, Eier, Semmelbrösel und dann brate ich sie aus in Öl. Hast ja gesehen, Foto, oder? Ah, das ist so gut. Meine Freundin isst die Fisch, nee, die hat probiert, jetzt zu sehen, wie sie die Augen verdreht hat, also dem Guten. Also, und alle essen, ja, ja, und alle wollen. Okay, schön und gut, dann fisch du doch ein paar Fische und ich will jetzt pennen, ja? Ja, wir hören uns morgen, dann machen wir. Bis morgen, dann wahrscheinlich. Ja, Battlefield Digi, ne? Ich schreib dir sonst, ja? Ja, viel Spaß und tschüss. Ja, tschüss. Buddy disconnected from your channel. Da ist er weg, der Fisch-Fan. Ja, ist nicht jedermanns Sache, das Game, aber für mich, ich find's eigentlich geil. Macht das Spaß, ein bisschen mal was anderes. Zur Beruhigung, wenn ich dann mal nix fange, in echt, muss ich eigentlich fischen, ne? Das ist eigentlich meine Berufung, deshalb tue ich's eigentlich hier gerne. Ich muss wissen, wenn ich den Chat überall probiere, was passiert, wenn ich, ähm, also Mai-Fische, ich weiß nicht, wo man die fängt, aber da müsste ich halt nochmal in ein Tutorial gucken, aber ich find's halt gern selber raus, ne? Das ist jetzt Stufe 3, ne? Ja, 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 bis. Oh! Was, 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 was? Was ist das? Äh, hier ne Bachforelle? Äh, wat? Hier ne Bachforelle? Wollt ihr mich verarschen? Das, das ist das erste Mal, dass ich hier ne Bachforelle fange, Leute. Wat? Hä, wie dein Ge-Pupi? Äh, wat da hecke. Was wollte ich grad wissen, was passiert, ne? Das ist mir neu, Leute. Aber wie geil mit dem Chat rausgekitzelt hier. Das ist das Interessante dran an dem Game, ne? Ich weiß gar nicht, ob man hier auch einen Zander fangen kann, mit dem Wurm. Ja, hab kein Tutorial geguckt, ob man hier Zander fangen kann. Das würde mich mal interessieren, ob's wirklich möglich ist hier auch. Also wenn du Bachforelle fangen kannst, sind hier auch Zander normal, oder? Auf der anderen Map, ja. Aber hier? Okay, das ist mir neu. Müsste ich mal mit dem Wurm probieren, das würde mich mal interessieren. Ich wusste das nicht. Also drüben, ja, aber das hier? Weil hier fische ich ja nicht, äh, mit dem Wurm hier auf Zander, ne? Äh, ich mein, mit dem Jet, äh, kannst du ja Zander fangen, hier, ne? Aber da sind die ja gar nicht, ne, normalerweise. Die haben ja so die, die Faulenzenmethode, ne? Oh, das ist Barsch. Oder? Ne, ist kein Barsch. Alter, komm. Zander, in Tufin, grüße, war ich, ne? Sie, 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 sie. Was? Hier? Dann sagt mir das keiner. Wie geil ist das denn? Ach so, warte. Wie geil ist das denn? Muss ein Bild machen, zu Feengröße. Alter, immer noch nicht? Jetzt bin ich aber schon oben, hier, ne? Wie jetzt? Ich bin doch schon oben, wie weit soll ich noch hochgehen? Bin doch schon oben. Das ist auch ein Fehler, guck. Ich kann kein Bild machen, ne? Hallo, ich hab einen Zander. Geht nicht. Schade, eigentlich. Okay, wir haben dann was rausgefunden, dass Zander hier auch gehen. Hätte ich jetzt nie erwartet. Jetzt hab ich grad wieder was gelernt. Oh, komm. Geil. Und dann eine Trophäengröße. What the heck. Okay, das hab ich jetzt gerade rausgefunden. Zander, Bachforelle, Hecht. Muskeln, hier gibt's eigentlich alles, ne? Dann gibt's auch diesen Maifisch, ne? Krass. Warte, wie der Biss kam. Boah, wieder. Alter. Wieder? Nee, jetzt nicht. Okay, das finde ich jetzt eigentlich richtig nice. Hier, guck mal hier, ne? Man muss immer ein bisschen ausprobieren. Eine Stunde, 40 Stunden. Das Spiel macht süchtig, Leute. Wenn ich mal in den Element sind, dass es beißt, ne? Interessant, ne? Siehste, probieren, probieren, chat probieren. Und dann kriegst du hier so ein Zander in Trophigröße. Ich hätt's gelacht, wenn's mal ein einzigartiger hier wird. Krass. Hätte ich nicht erwartet, denke ich hier, ne? Das habe ich jetzt gemacht. Wunderte, dass ich ein Zander fange hier. Wow, wie geil war der Biss. Alter, ehrlich, jetzt. Gib mir mal Muskellunge hier. Oh, der ist gut, Leute. What da? Okay. Der lasst's knacken, ne? Die Bremse noch ein bisschen mehr. Na, komm. Oh, guter Hecht. Wow, guter Hecht. 98, was ist ein Meter, ne? Läuft bei mir gerade. Aber mega ist. Mit dieser Technik. Ja, jetzt häng ich. Fuck off. Aber es funktioniert, ne? Es funktioniert. Hier. Das habe ich wieder, was dazu gelernt. Einfach mal probieren. Ich will mal probieren, was passiert hier, wenn ich da so reichne. Ups. Ach, Idiot. So, mittendrin, ne? Bin zurückgelaufen. So, ich mache jetzt mal den Steam aus, meine Lieben. Ich habe wieder was gelernt. Ich habe wieder was gelernt. Und dann, wenn ich da so reichne. Ich habe wieder was gelernt. Ich habe wieder was gelernt. Und dann, wenn ich da so reichne. Und dann, wenn ich da so reichne. Das kannst du mir nicht antun, oder? Warte. Nicht schlecht. Ja. SAT. Ja. Ja. Die Technik, ne? Ach, die Wäschmaschine ist fertig und ist das Zeug aufhängig getötet. Interessant, ne? Leute, da hinten, da an der Seite, so, das haben wir eine Stunde 46, eine Wäsche aufhängen und dann, ähm, mach ich nochmal diesen Chat hier, weil das war eigentlich richtig, richtig nice, ne? Schon wieder so spät, alter. Also wieder so spät, alter. Vielen Dank. Ich werde den Wurm probieren. Den Wurm bei 8m noch kriege ich das. Nicht schlecht. Ich habe herausgefunden, dass der Chat eigentlich nicht schlecht ist. Hier hängen wir den Wurm ran. Jetzt kann man wissen, dass hier ein Zander beißt, das ist ein Rätsel. Mit 21 Gramm Cheek-Kopf. Du musst angeln, damit du Profi wirst. Damit man eigentlich weiß, wenn man mal die Fische dran hat, das ist eigentlich ein echter auch so, wenn ich angle. Damit man weiß, okay, da hat er Gewissen oder mit der Technik hat er Gewissen. Und wenn du das mal weißt, Wissen ist Macht, dann kommst du hier vorwärts. Und das ist jetzt für mich nur ein Test hier. Ich will das ja ausprobieren, was passiert. Mein Chat hat eh gewissen. Ich meine, der Chat ist ja nicht so schlecht. Wie hatte ich denn dann diesen gelben? Wow. Was sagen wir jetzt? Jetzt bin ich gespannt, was da dran ist. Was da? Wenn das ein Hecht ist auf dem Wurm, dann käme ich nicht mehr aus. Also auf dem... Oh, der hat der... Oh, wie... Holy shit. What? Ein Hecht? Mein Wurm? What the heck? Really? Da wusste ich nicht. Richtig gut, ne? Warte mal. Ich habe noch mal... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Also wir haben gesehen, dieser Wurm. 15 cm Chickkopf. Funktioniert, ne? Das probiere ich jetzt mal auf der anderen Seite. Man kann ruhig mal so liegen lassen. Oh, Luck! Das ist ja Stufe 3, ne? Was ich hier zopfe. Ja. Das funktioniert hier. Ich will trotzdem schnell was wissen. Was passiert, wenn ich hier angle? Noch nie ausprobieren. Ich probiere einfach mal. Ja. 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 Hier ist tiefer, ne? Bei diesem Steg, da fahren die mit dem Boden hoch. Und das sei nicht schlecht. Ich lass jetzt mal. Ganz komisch. Ich weiß nicht, was man hier fängt, aber ich habe jetzt doch keinen Bock hier alles rum rumzueilen. Hier weiß ich es, dass man hier auch Zander fangen kann. Ich probiere aber jetzt mal folgendes hier so zu fischen. Und dann mache ich den Steam Claminer aus. Habe ich zwar von... Huch! Hier gibt es die auch. Ja. 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 Ja, der Biss, der kam. Das ist Zander. Das muss Zander sein. Ich hoffe mal Trophigröße, oder was? Ja, das ist wie ein Zander was. Scheiß, ey. Was ist denn das? Oh ja, das ist ein Lachs. What? Atlantischer Lachs. Mit einem Wurm. Ja, moin. Ich such den die ganze Zeit und geht mit dem Wurm auch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay, jetzt habe ich wirklich alles. Interessant. Ich muss es machen, Leute. Und ich muss angeln, damit ich rausfinde... Ähm... Nicht wundern, Leute, dass wenig los ist im Chat und so. Äh... Wir haben, äh... 4.45. Ich bin jetzt die ganze Nacht dran hier. Mit dem Such-Game. Lachs. Okay. Lachs. Zander. So gut. Lachs. Zander. 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 Ich probiere das mal mit dem Chat hier ne. Ist gut, der 21 Gramm hier. Wenn die Lachse sind, muss ich den Chat dran hauen. Das mögen die auch. Krass. Aber ich habe es rausgefunden, dass es funktioniert. So einer noch hier im Stream und dann werde ich den Stream wenden. So werde ich ein bisschen offline so weiterspielen. Dann mache ich Stream, dann sieht man es auch, dass ich fange. Machen wir zwei Stunden. Eigentlich möchte ich gar nicht im Ahr runter lassen. Aber ich habe gesehen, die Lachse sind auch unten. 7.56 in der Früh. Okay. 24 Stunden Stream. Ich sage ja, deswegen mache ich es nicht in der Nacht, dass ich es erfahre. Das könnte ein Zander sein. Was ist das? Alter. Willy. Süßwassertrahmen. Alles. Hä? Foto Modus Q. Foto Modus Q. Süßwassertrahmen. Unglaublich. Da komme ich bald mal auf ein Level hoch. hier bin ich so weiter oh Philips cool hatte die Zeit vergeht wenn man hier den Timer oben hat so dann bin ich fertig wow eine Kante fehlbiss, habt ihr das gesehen what the nicht schlecht so, meine Lieben, ich bin draußen ich sag Dankeschön fürs dabei sein und wenn man dann anguckt danach wenn das Video oben ist, wünsche euch viel Spaß und hat gut gebissen ich habe jetzt alles reingefangen, ich habe Lachs gefangen Hechte, Barsche Muskellunge und so weiter Digi-Echte glaube ich war noch dabei und so weiter und so weiter und so weiter das heißt ich bin draußen Kopfhörer weg, damals gedrückt und wir sehen, hören uns beim nächsten Stream, ich freue mich Dankeschön am Player 2000 für 28 Euro, krass Digi, Ganz Player aus 3 Euro 1,33 Euro Markus C und Zell Berlin war wieder hier von Berlin deshalb heißt er ja Zell Berlin hat mir noch 10 Euro gegönnt ich sag Dankeschön Geil, vielen, vielen Dank und natürlich auch an den anderen Player 2000, 10 Euro nochmal ein Euro letztens mal wow, oder Markus C und der Christian Leif auch noch Dankeschön Daniel ist hier, ich wollte gerade aufhören Digi Brigadier angeln noch Digi, du bist doch da ich habe gerade einen Süßwassertrommel gefangen das erste Mal mit dem Chat ich wollte gerade aufhören ja ich mache noch einen Fisch und dann schalte ich ab ich wollte dann privat ein bisschen angeln du hast Nachtschicht läuft ich habe mich bedankt bei allen hier Player 2000 und so war gut heute ne ich habe um wir haben angefangen fünf Stunden gestreamt jetzt nochmal zwei Stunden sieben Stunden gesamt oder so läuft bei mir und heute habe ich echt alles gewangen Hechte Süßwassertrommel mit dem Chat ist geil so verschiedene Fische zu fangen wow viel Biss das ist auch streng ich habe noch aufgeräumt ich habe noch gemalt bei der Schäfin noch habe ich noch die Wand unten weil die ist dann mit dem Auto reingefahren habe ich sie ja schnell ausgebessert das habe ich mal letztens gespachtelt und die Farbe dann war so eher grau das habe ich jetzt die ganze Ding runter gemalt ne es wurde nicht so dunkel also es ist so geil wenn die beißen ne ähm hätte ich mir eigentlich nicht erwartet wenn ich da Süßwassertrommel geil ne Daniel läuft ich habe die Kopfhörer jetzt weg weil ich oh Gott bin ich kaputt die ganze Nacht ich bin gestrept könnte ich gerade 24 Stunden streamen machen ne mit dem Game ja solange du wach bist ich bin gespannt was jetzt kommt wieder wieder ein Süßwassertrommel mit dem Chat geht das Chat geht alles Zander Süßwassertrommel Hecht ich habe alles gewonnen ja das sieht gut aus und Zander und aber der Fotomodus geht nicht mehr guck geht nicht mehr ist komisch nochmal da so ich muss angeln damit ich ich mache einfach noch ein bisschen damit ich weil ich hätte es auch privat ich hätte es auch in das Team ausgemacht äh damit ich das ganze ein bisschen raffnir hier ne mein Leben ja ein bisschen reinkomme ne das ganze ist ein geiles Game wenn man mal drin ist ein Game ist es eigentlich äh richtig nice gleich nochmal so ein Süßwassertrommel hatte ich nämlich vorhin auch gefangen mit der Technik mit dem Chat vielleicht dann mal den Chat wechseln immer probieren der Wind ne boah der Bist habt ihr das gesehen alter pff scheiße ist Zander oder oder da Süßwassertrommel geil läuft aber ich kann kein Bild mehr machen ich kann kein Fotoshooting mehr machen guck der macht nur noch so Fotoshooting halten ich verstehe gar nicht weil normal wie es hält dann so ne das ist vielleicht weil er kleiner also so ich weiß es nicht und da probieren wir mal da drüben ne das Bötchen ist ne Daniel ach das ist schön dass du noch reinschaust die Zeit noch ne hätte ich jetzt nicht erwartet jetzt hänge ich hier drin wieder kann nicht sein ich weiß ja was da drüben was wo soll man da drüben hängen halt ehrlich jetzt bis alter wille ich hab kein einzigen heute bei Everglades einen Tabun gefangen ne hab nicht wieder ein Süßwassertrommel das find ich geil und Forelle ja oh ja das gibt oh wieder ein Süßwassertrommel ey der Schreibt ist echt gut mit diesem Süßwassertrommel läuft oh die doofengröße die gib mir ein Foto gib mir ein Foto gib mir ein Foto nur noch so ich verstehe das nicht total bescheuert ich kann kein normales Foto mehr machen so behalten läuft probieren wir was was ist wenn ich das hier mache der Chat ist echt gut ah das schön das Dankeschön Daniel ja bei dir schaut schau ich immer gern zu wenn es mir von der Zeit aus bin ich immer froh wenn ich ja immer da sein ne Dankeschön gibt Herz hier morgen früh ne echte extra noch hier morgen früh noch dran ne ganze Nacht ich muss halt auch ins Bett sonst schlafe ich wieder zu lange das ist das Problem wo ich hab ich hab noch frei deswegen nutze ich das noch aus guck ich die Strömung wie es denn rüber drückt es hat ein gemütliches Game jetzt häng ich wieder fickt ich man aber interessant ne das diese ich brauche eben verschiedene Fische dass ich mal ein Level hochkriege ne das schön dankeschön bei dir macht es einfach Spaß das ist gut das ist eigentlich mein Plan gewesen seit ich das mache dass es Spaß macht mir zuzugucken und das sieht das mal ne da muss man gucken wenn die Hechte reinknallen ich verstehe nicht warum ich hier hänge ich verstehe es gar nicht was ist was soll hier sein ein Seil schade ich habe vorhin hier drüben auch einen Lachs gefangen also ich probiere das gerade jetzt nochmal hier von der Seite und dann probiere ich den ein bisschen den hatte ich zwar weiter unten war doch gut gebissen das heißt ich mache jetzt das mal oben bis oh das kann das ist was kleines oh der geht aber richtig gut ne ja ich muss wieder ja klar Diggi Dankeschön fürs reinschauen auch unter der Arbeit das ist ganz lieb von dir hast du noch Pause ne und ah ich habe einen Lachs ja hat funktioniert auf der Höhe ja die will ich yes ja ja aber komisch Foto Modus geht nicht mehr ich habe keine Ahnung worum es nur so hält verschieben umlauf hier ist mich so klar na aber komisch ne geht nicht mehr ein Fehler Dankeschön dass du dabei warst ne lieb von dir danke wir hören uns und sehen ok 1 habe ich rausgefunden der Lachs beste oben auch so wieder ein Lack finde ich gut dass die dann dass sich das jetzt auch probiert hat oben dann weiß ich es eigentlich in Zukunft bescheid dass ich unten fange und oben das geht halt schneller ne wenn ich gleich von oben drehe nicht hier die Sinkphase noch habe also man kann sie oben fangen man kann sie unten fangen leider nicht immer aber es hat funktioniert ich probiere gerade ein bisschen mal Wasser aus viel bis leckt mich so aber hat funktioniert ne Trommler gefangen Lachs gefangen ja läuft ne hier weiß ich gar nicht weil das ist eigentlich so ein Gebiet wo ich wo ich überhaupt nicht gefällt aber hier kannst du eigentlich auch fangen aber das gefällt mir eigentlich gar nicht hier ich probiere es mal ne mal gucken was wir fangen hier wie tief das hier ist naja geht hier ein bisschen schneller runter hier kannst du glaube ich auch Lachs fangen ne ich lass mal ein bisschen oben zum probieren eigentlich mal ja normalerweise ja weil eigentlich auch schon gefangen hab ich noch nie probiert das ist jetzt kein Test ne runterlassen so einer ziehe ich jetzt noch rein hier dann schalte ich das Thema ich bin das nächste Gebiet wegen Daniel noch ne da gerade reingekommen ist jetzt hänge ich wieder leckt mich doch ein Fett am Arsch hier boah du kleine Muschi Scheiße hier Alter fick dich fick dich fick dich fix Schale piss dich alter hasse ich das runterlässt und dann hängst du so eine fucking Schale wo du überhaupt nicht brauchst hier ist so ein Wunder ist geschehen jetzt bin ich gespannt was da gebissen hat das fisch ich das erste mal hier hab noch nie hier probiert also es funktioniert jetzt bin ich gespannt was das für ein Fisch ist ein Zander auch hier fängst du sie geht Fotomotor sehen wir noch nicht na ich muss aus dem Game gehen irgendwas stimmt ja nicht ok funktioniert so meine Lieben ich bin draußen ich sag Dankeschön und jetzt bin ich wirklich weg liebe euch und wir sehen uns heute am Abend wieder und dann machen wir mal ein bisschen Battlefield mit Heavy Tiger und ich gehe noch in den E schlafen und wir haben jetzt hier 5.07 Uhr in der Früh und ich bin fix fixen down gute Nacht meine Lieben Dankeschön die die noch da waren um die Zeit noch reingekommen Daniel und immer noch da schlag mich tot der Flax und so ja Dankeschön meine Lieben und ich bin draußen bye bye gute Nacht schlaf schön k k k k k k k